Herzlich Willkommen hier zurück zu WIDELANDS und wir müssen den Kommandanten gemeinsam mit dem Fanggamer aufspüren und ausquetschen. Ja, das wird nicht leicht werden. Das wird vielleicht sogar schwere Partie werden bei der Basis, aber wir werden schauen, dass wir das gut machen. Der wird sicher in diesem weißen Block da vorne, in diesem Kommandoturm. Tausendprozentig. Ja. Mein Block, meine Straße, meine Straße. Gut. Ich versuche mal so nah wie möglich ran zu kommen. Die Scharfschützen. Die Scharfschützen wäre dann wichtig einmal auch. Genau, ja. Ich versuche mal so nah wie möglich ran zu kommen und präzise Schüsse auf die Scharfschützen abzugeben. Ich werde aber sicher die Drohne steigen lassen. Ja, aber nahe würde ich noch nicht. Das ist noch zu weit weg, glaube ich. Ne, wir sind eh schon... Na, wir sind noch nicht lang... Naja. Ja, wo ist... Ich weiß nicht, was du für eine Reichweite hast, meine ist nicht so. Und mal einen ungefähren Blick. Na bitte. Okay. Sehe den Unidat Hauptmann. Der steht draußen. Warte, warte, warte. Der steht draußen. Warte, warte. Der steht draußen. Den könntest wechseln. Ah, nein. Den müssen wir auch verheern. Den müssen müssen verheern. Ah, shit. So, ich habe ihn mal markiert. Dort steht der Hauberer. Äh, kriegst du den rechten Scharfschützen? Noch nicht, nein. Der steht genau hinter der Wand. Aber du könntest weitergehen. Schau dir in die andere Richtung. Sobald es sich bewegt, sage ich es dir. Warte, da ist auch einer. Jetzt wird's schon dark. Pass auf, dass er wirklich durch den Bunker keiner sieht. Ah, der bewegt dich doch. Affenkopf. Jetzt, jetzt bewegt er sich. Jetzt habe ich ihn auch. Das ist ein Treffer. Jetzt müssen wir irgendwie in die Basis rein. Ja, rechts hinten oder nicht? Am besten lebe ich davon rechts. Rechts würde ich sagen. Aber pass auf nicht, dass du im Bunker gesehen bist. Ich duck mich. Schleiß vorbei. Gehst du rechts und nicht links? Ich schalte den Strom ab. Okay. Wobei es ist eh hell. Da bringt der Strom eh nichts ein. Ja, aber die Verteidigungsanlagen funktionieren dann auch nicht. Okay. Gegner getroffen. So, ich schleiche mich da jetzt vorbei. Bevor du dir unsicher bist, geil. Oh, das ist wieder ein Bunker. Oh, das ist wieder ein Bunker. Oh, das ist wieder ein Bunker. Oh, durch die Drohne habe ich mich jetzt verdächtig gemacht. Nein, verdächtig ist immer durch ein Stromausfall. Ah, okay. Ich bin 30 Meter vom Kommandanten entfernt. Ich habe den einen Bunker noch vor mir. Den traue ich mich aber nicht zu holen. Weil ich glaube, der sieht mich dann. Obwohl, nahe könnte es sich ausgehen. Nein. So, und ich bin gesehen worden. Nein. So, ich habe die zwei ausgeschalten. Oh. Oh, wir sind jetzt entdeckt worden. Du. Nein. Ja. Ich. Und ich bin tot. Oh, wo sind die herkommen auf einmal? Nein, ich sterbe da noch zu oft. Das ist nicht gut. Am besten verhören und schleif dich dann. Mach ich mit. Und so. Ja, Leute, so kann es gehen. Oye, Polito. Ich habe hier einen Lamm für dich. Und jetzt verende ich gleich elendig. Perfekt. Und doch abgeschlossen. Durch Ending. Die ISA hat das Navi des Wagens mit der Beschreibung des Gefangenen verglichen. Sie sind in einer Jagd-Titel. Angeblich führen die Daten ihre intensiven Befragungen durch. Schicken Sie die Daten. Wir kümmern uns drum. Bringen Sie sie unter die Ehe. Und zwar so, dass es weh tut. Du, 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 du. Du, 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 du. Du hast deine Mitfahrt gelängert. Ja. Na, 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 na. Na, na. Okay. Passt. Okay. Dann fahren wir halt dort wieder durch. Äh, dort ist noch ohne mal umfahren können. Jetzt warst du genau in die. No risk, no fun. Ein bisschen umfahren. Ja, nichts passiert. Da muss man schon stark manchmal ähnlich in die Sterne. So. Oh, die Fahrfüßigung ist... Gut. Es neigt sich dem Ende zu. So, dann fahren wir rauf. Jetzt kommt Laiuris und El Bolitos dann dran. Boah, ich würd sagen... Boah, da fahren wir noch durch, oder? Wo durch? Ah, ist noch ein bisschen. Okay, ist ja noch... Ein Stück, oder? Dacht ihr, weil das da so viel Road ist, dass wir da schon sind? Nein, wir fahren noch vier Kilometer vor uns. Das ist auf der anderen Seite des Gebietes. Warte, warte, nein, bleib rechts, 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 rechts. Genau. Okay. So, das ist ein Boot, oder? Ich dachte, das ist ein Flugzeug. Glaube ich auch immer. Das heißt, wir sind falsch gefahren, würde ich sagen. Ja. Nein, sind wir nicht. Fahr weiter runter. Okay. Ja Leute, jetzt seht ihr hier ein bisschen Landschaft. Links halten. Links, 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 links. Oh, ein Heli. Genau. Aber das Boot schaut aus wie ein Flugzeug, ganz ehrlich auf der Karte. Ja. Dann muss ich euch sagen. Ja. Michael ist auch da, ein Heli, ein Flugzeugwerke einzufliegen. Ja, aber wie schaut ein Flugzeug denn aus? Gute Frage. Oh, höher, höher, höher. Wenn du über den Berg kommen willst, musst du hochziehen. Zieh hoch, zieh hoch. Was schlässiger. Was schlässiger. Was schlässiger. Ja, was schneller geht. Ah, so ist ja das neue Visier. Was ist das für ein Visier drauf? So ein Holo Visier, so eine Art. Okay, das habe ich hier auch. Das ist für nahe, finde ich das so blöd. So. Injustice Grindos. Das würde ich sagen, gehen wir wirklich hoch. So, da mal wo hoch. Ich glaube nicht, dass das so easy für Schütze ist. Was machst du? Nee, da kann man nicht ganz hoch. Ah, da geht's hoch. Sag das nicht mit easy beschützen. Was meinst du? Was meinst du? Für mich ist die Urfestung. Ich sag ja, ich nehme nicht an, dass das so easy beschützt wird. Und dass die Bosse sind. Ja, das ist das so easy. Ja. 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 Das können sie mal in der Folge probieren. Wir müssen ja sagen, der Fang-Game ist der Zartmanagement-Boss hier. Der Time-Boss. Ich bin der, der die taktischen Überlegungen macht. Und der ist der, der die technischen Überlegungen macht. Läuft. Und gemeinsam sind wir stark. Das ist die Frage, wo diese Hütte ist. Warte, wann wir suchen? Naja, steht in der Jagdhütte. Also, nehme ich an, dass wir eine Jagdhütte. Hab sie, glaube ich. Keine Gegner. Was ist denn los? Bruder, was los? Würde ich nicht drauf fällt. Okay, jetzt muss man sich ja einbringen. Fahndaktivität. Okay, Fahndaktivität. Uh, 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 uh. Hinter uns. Warum ist das hinter uns? Das macht mir jetzt Angst. Aber warte. Eigentlich, wenn es hinter uns ist mir das wurscht. Ich muss ja nach vor. Du bist wieder viel zu stürmisch. Bereit? Ja. Dann tun wir das Schloss knacken. Äh, das Schloss knacken. Achso. Warte, ich hab's auf die Pistole. Gute Idee. Da ist ein Nebenraum. Ah, da geht's runter. Der ist sicher unten. Warte, das sind zwei, gell? Nicht nur einer. Okay. Ah, das sind die Gegner. Die sind gar nicht hinter uns gewesen. Die sind unter uns gewesen. Ah, unter-Jedisch. Oh fuck. Ich glaub da werden wir mit der Pistole nicht weiterkommen. Warte, warte, warte. Jetzt hab ich nen Trick. Machen wir den hier. Ich wechsle gleich auf... Gedug, trau ich mich nicht. Was? Ob, der Siebel ist gar nicht... Oh! Ich hab das... Ah. Hinten ein Eingang? Nein, gell? Nein, dort ist eine Tür. Schau. Ja genau. Ich wollte noch, bis es zwei Eingänge gibt. Nein, hab ich keine gesehen. du bist viel zu hektisch zurück 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 du bist viel zu hektisch nein die ist viel zu stark oder ich war drei schüsse oder so ich hätte nicht mehr gesehen okay raus geht ein mg drum die btch ach so ich habe zu viel in der hand das ist nicht so gut ja aber du denkst sie gut ab jetzt brauche ich den schulter wechsel was ist dort aber das ist der andere post woanders Ah, da gehts runter! Oh, Alter, sind wir da jetzt im Bunker. Okay, ich bin angeschlagen. Ich muss jetzt kurz warten. Entweder du gehst vor, oder? Perfekt. Judy und Polito sind ausgeschaltet. Schlag den Boss, erster Boss! To, 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 to! Das Kartell zerlegen, Alter! Erster Boss, Alter! Da und was machen die Shoot of Weeks? No T-Banger, würde ich sagen. Da. Ah, in die Fresse, Alter. Was haben die da gemacht, Alter? Schau dir das an. Und er springt drüber. Er springt drüber, was ist mit ihm los, oder? Einfach so. Schau, Zwillinge! Zwillinge? Ja, da liegt einer. Und da ist ein Zwillingsbruder. Gut, wie hat der Boss jetzt ausgeschaut? Ich hab mir den noch nicht genau so angeschaut. Okay, seine Hand ist jetzt ein bisschen kaputt. Bisschen kopflos alle. Aber gut. Ich hab ein Video verfügbar. Ich schau mir das an. Video ist verfügbar. So, neue Einsätze haben wir auf jeden Fall. Die Karte ist erweitert worden. Bist du zu beschäftigt mit Internetmuschis, um deinen Job zu machen? Warte, wo ist ein Video verfügbar? Lass mich das mal machen. Es sind zwei neue Micelle. Nee, ich hab das Spiel nicht verlassen. Ich weiß, dass wir ihn finden werden. Ich weiß, dass wir für jeden Torte von uns 10 Zivilisten umbringen. Unschuldige gibt es für mich nicht. Ja, wie auch immer. Der Karte der Dero wusste nicht welchen Schaden er verursacht hat. Der Karte der Dero wusste nicht welchen Schaden er verursacht hat. Ich würde sagen, hier verabschieden wir uns mal. Das war's mit dem ersten Boss. Ich tu noch mal ein bisschen beim Mörser posieren. Das war's. Na gut Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dort hin. Haut rein. Ciao. Und bleibt geschmäntig. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.